Gibt's Ihnen mal einen Applaus hier, Leute, wir haben einen deutschen Mann, das war der Mann! Jetzt kannst du ja mit Schluck und Waffe noch mal krass unterruzieren. Der kann seine Schluck ausprobieren, sollte nichts registrieren. Schöner Rucks 2. Na ja, zeige ich den letzten Schwung des Publikums. Secret Battle! Wie ist es, heute Morgen ist des K mounts zu when zu gewonnen? Wenn wir zu dem einige haben, also als wir letztendlich ausprobieren, also als wir die Reise haben, es kam dann nämlich vor mir und auch ich küsse daran. Diese Tränenzeit haben damals auch in seinem Leben gemacht, zwar für die Reise herum recient. Ausgang seit BreezyZoo. Also da ist viel möglich, auch als Neuter in der Qualifikation kann man das unterlegen. Hier ist ein schöner Antrag, ne? Als erster Sprung von BreezyZoo. Also das sieht schon wesentlich besser aus als bei Panas One in Take Off. Die Panas One in Take Off ergriffen und ich habe seit einem Kombo zum Endcamp BreezyZoo in Metcalf angekommen. 23 Meter in Metcalf. Jeder hier ist ein langer 26 Meter! Yes! Yes! Metcalf! Vorher mit 20. Ludwig. Also er sieht aus, BreezyZoo gibt es hier um den Job 6 für den 1.0. Schöner Hose!